Hallo zusammen da draußen an dem Bildschirm. Herzlich willkommen zur Industrie-Forward-Expo. Mein Name ist Bernhard Haluschack und ich führe Sie heute durch die Session. Mein heutiger Gast ist Martin Kipping, Abteilungsleiter Data Center bei Rittal. Hallo Martin, grüß dich. Hallo, grüß dich Bernhard. Herzlich willkommen. Ja, danke. Du hast ein spannendes Thema für uns im Gepäck. Und zwar lautet das, wie Edge-Plattformen Echtzeitanwendungen in Industrien ermöglichen. So, das wäre erstmal von meiner Seite alles. Ich werde jetzt an Martin übergeben. Martin, das ist jetzt dein Turn. Leg bitte los. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank Bernhard für die nette Einleitung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite bei der Industrie-Forward-Expo. Und ja, freue mich heute hier zu sein und allen kurzen Einblick über die Möglichkeiten mit Edge-Rechenzentren in der Industrie geben zu können. Was ist das übergeordnete Thema? Das übergeordnete Thema und der übergeordnete Treiber ist natürlich das Thema Digitalisierung. Und in der Industrie ist es in der Regel die Vernetzung von Maschinen zu Maschinen. Wir sehen, dass in 2020 schon 12,2 Milliarden Maschinen miteinander weltweit verbunden waren. Und man sagt voraus, dass bis 2025 mehr als 34 Milliarden Geräte weltweit mit dem IoT, dem Internet of Things, verbunden sind. Die 4.0 Umsetzungsrate ist in den USA höher als in Europa. In Asien gibt es einen Fokus, in China vor allen Dingen. Und da reden wir über 20 Prozent Umsetzungsrate. Das große Thema ist aber einfach, dass 70 Prozent der Daten, die entstehen, noch ungenutzt sind. Und das ist natürlich ein Hebel, den man nutzen kann und damit neue Geschäftsmodelle zu generieren oder auch Produktionsabläufe zu optimieren. Das Industrial Internet of Things ist hier natürlich ein extrem großer Treiber. Wir sprechen hier über autonome Dinge, Augmented Virtual Reality, KI, also künstliche Intelligenz gesteuerte Entwicklung, Blockchain-Technologie. Die Smart Spaces steht für Smart Homes, also die Digitalisierung zu Hause mit Lichtsteuerung, Sprachsteuerung, Klimatisierungssteuerung etc. Quantencomputing ist ein großes Thema. Wo wir uns heute ein bisschen mehr mit beschäftigen wollen, ist das Thema digitaler Zwilling und Empowered Edge. Und beide Themen sind da wichtig für die industriellen Edge-Rechenzentren. Viele sprechen von Edge. Es gibt, glaube ich, immer noch ein paar Begrifflichkeiten, die wir uns mal anschauen sollen. Was bedeutet das überhaupt? Gartner sagt, Edge ist, wo sich Dinge und Menschen verbinden und beginnen, mit der digitalen Welt zu konvergieren. Edge Computing bietet Datenverarbeitung, Speicherung und Services für Dinge und Menschen fernab von zentralisierten Knoten. Also da, wo die Datenverarbeitung stattfindet und wo Dinge oder Menschen die Informationen konsumieren. Uptime ist da ähnlich und sagt, die Verlagerung des Computer- und Speicherfunktionen an den äußersten Rand des Netzwerks. Egal ob Fabrikhalle, Verkehrsnotenpunkt, Mobilfunkmast oder Smart Building. Das bedeutet also, dass es notwendig ist, Daten schon am Entstehungsort zu verarbeiten, anstatt sie in ein entferntes, zentrales Cloud-Data-Center zum Beispiel nach Frankfurt oder London, Paris, New York zu schicken. Weil es ist wichtig, dass das systemrelevantes Wissen immer und überall im Unternehmen verfügbar ist und dass es jederzeit zu einem kontinuierlichen Datenaustausch kommen kann. Und was dafür wichtig ist, sind geringe Latenz, also Übertragungszeiten, also quasi die Geschwindigkeit der Datenübertragung. Sicherheit spielt eine extrem große Rolle, sowohl beim Thema Cyberkriminalität, aber auch physikalische Sicherheit. Wir wollen eine extrem hohe Verfügbarkeit, weil die Daten natürlich immer und überall verfügbar sein müssen. Und neben der lokalen Datenverarbeitung, wofür Edge ja steht, ist es wichtig, dass es sich um skalierbare Systeme handelt, die sich nach Bedarf dann anpassen können. Wer hilft dabei? Ein großer Enabler ist das Thema digitaler Zwilling. Digitale Zwillinge ermöglichen Datenverarbeitung in Echtzeit und der Zwilling vergleicht aufgenommene Daten mit einem Modell. Und das kann jetzt ein Zwilling für ein Produkt sein, zum Beispiel in der Produktentwicklung, in der das Produkt mit Prüfmerkmalen oder Simulationen verglichen und optimiert wird. Das kann in der Produktion sein, zum Beispiel Produktionsplanung, in der Maschinen und Anlagen, Werkzeuge, Prüfprogramme zur Produktion eines Produktes wirklich Verwendung finden. Oder es kann auch im Service sein, quasi als digitales Produktgedächtnis. Und da geht es dann in der Regel um Qualitätsmerkmale, Ausfälle etc. Digitale Zwillinge helfen also zu optimieren bezüglich Materialverbrauch, Prozesse, Kosten, Produktionssteuerung etc. Das Thema digitaler Zwillinge wird auch im Service viel diskutiert. Wenn wir uns die Zahlen angucken, 84% diskutieren das Thema, nur 25% der Anwender oder unsere Kunden packen es wirklich an. Man sieht da noch einen relativ hohen Implementierungsaufwand und das scheint die größte technische Herausforderung zu sein. Dennoch befassen sich 25% der Kunden mit dem Thema und viele davon, drei Viertel, erfassen schon relevante Maschinendaten über Sensoren, werten die auch aus. Und das führt dann wirklich zu Top-Nutzen-Aspekten für Anwender und Kunden. Zum einen 80% der Nutzer erwarten eine höhere Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit. Das heißt, die Verfügbarkeit wird erhöht. 60% der Anwender rechnen mit reduzierten Wartungs- und Servicekosten, also Kosten runter. Und mehr als die Hälfte versprechen sich durch die Anwendung von digitalen Zwillingen in der Industrie eine stärkere Kundenbindung durch verbesserten Service. Was können Bestandteile einer solchen Edge-Lösung sein? Wie müssen die aussehen? Diese Edge-Lösungen in der Industrie bestehen in der Regel aus drei Hauptteilen. Wir reden hier zum einen über die physikalische Infrastruktur, OT, Operational Technology. Das beinhaltet alles, was ich an physikalischen Komponenten brauche, um so ein Rechenzentrum zu betreiben. REC, Power, Kühlung, Monitoring, Sicherheit, die ganzen Services dahinter. Ich brauche die IT-Hardware, also Server, Storage, Netzwerk-Komponenten. Und ich brauche eine Cloud-Plattform, die das alles managt und über Managed Services dann den Kunden anbieten kann. Wir in der Friedhelm-Loh-Gruppe, wir machen das zusammen in einem Firmenverbund zwischen RETAL, da kümmern wir uns um die physikalische Infrastruktur, und unserem Schwesterunternehmen, der German Edge Cloud, die sich um das ganze Thema Virtual, Private, Public, Hybrid, Data Center entsprechend kümmert. Und gleich gehen wir noch auf eine Lösung ein, die wir da entsprechend in der Kooperation als Angebot haben. Wenn wir uns die OT, also die physikalische Infrastruktur, anschauen bei RETAL, dann läuft das bei uns unter dem Begriff Rematrix Next Generation. Rematrix Next Generation ist eine modulare Plattform, mit der Systemlösungen von kleinen Edge-Rechenzentren bis hin zu großen Unternehmens- und Hyperscale-Rechenzentren errichtet werden können. Die bestehen aus diesen fünf unteren Bausteinen, Produktbausteinen, also RECs, Power, Cooling, Monitoring, Security. Dieses System ist modular und skalierbar aufgebaut. Wir können also mit einer kleinen REC-Lösung anfangen und dann skalierbar in der Verbindung von RECs bis zur REC-Reihen oder sogenannten Pots dann wachsen. Wir bieten da Low, Mid, High Density bis hin zu Direct Chip-Cooling-Technologie im Bereich der Kühlung an, je nach Kundenanforderung. Und wir kombinieren diese Produkte entsprechend mit unseren Services, die wir brauchen, um so ein Edge-Rechenzentrum zu planen und zu bauen. Also das ganze Thema Engineering, Project Management, den Betriebnahmen, Wartungsthemen, SLAs mit Kunden, haben aber auch den ganz, ganz großen Vorteil, dass wir nicht nur unsere eigenen Lösungen da verwenden können, sondern auch Third-Party- und Partnerprodukte in dieser offenen Plattform mit integrieren können und erreichen dadurch dann die großmögliche Modularität und Skalierbarkeit in so einem Edge-Rechenzentrum. Wie sehen die aus? Hier mal drei Beispiele exemplarisch dargestellt. Wir können mit einem kleinen Einzelschrank starten. Da ist dann alles drin, quasi REC as a Data Center inklusive Kühlung, Monitoring, Sicherheit, Brandmeldeanlage, aber auch inklusive der IT und der Cloud-Plattform, den Managed Services, der GEC zum Beispiel. Wir können dann wachsen, indem wir da zum Beispiel auf 42 HE-Schränke geht, die von 1, 2, 3 kW Kühlung bis hin zu 80 kW Kühlung pro REC bringen können. Wir können Renundanzen in den Stromversorgungen bringen, 2N-Renundanzen, N plus 1-Renundanzen, um einfach dem Verfügbarkeitsanspruch des Kunden gerecht zu werden. Weil das Thema ist ja, IT ist always on und wir müssen vermeiden, dass es wirklich Ausfallzeiten gibt, die dann zu Produktionsstand, Produktionsausfällen etc. führen können. Deswegen ein System mit in sich geschlossenen und skalierbaren Renundanzen ist hier extrem wichtig. Das kann ein System sein, was innerhalb eines Gebäudes errichtet wird, in einem Serverraum, in einer Besenkammer, in einer Lagerhalle, aber auch auf dem Shopfloor zum Beispiel, einer Fabrikanwendung. Oder das kann auch, wenn es da Gründe gibt, strategisch oder operativ in einer Außenaufstellung sein, wo man sagt, ich baue so eine REC-Reihe mit Rematrix-NG in einen Container rein und stelle den meinetwegen neben die Fabrikhalle, weil ich in der Halle keinen Platz habe oder die Bedingungen sind extrem rau oder so, unwirtschaftlich und gefährlich eventuell, dass ich sage, ich brauche so ein Edge-Reihe mit einem Container neben der Produktion. Was für unsere Kunden wichtig ist, ist das Thema globale Verfügbarkeit. Damit werden wir immer mehr und mehr konfrontiert, dass wir Kunden, große global agierende Kunden haben, die sagen, ich habe zig, 20, 30 Produktionsstandorte weltweit und ich möchte diese Edge-Technologien installieren. Den Standard, den ich hier definiere, den müsst ihr mir aber auch in Asien und Amerika springen. Und das ist eine ganz, ganz große Anforderung, die wir im Moment sehen, die wir für unsere Kunden erfüllen müssen. Ich hatte eben schon mal kurz über unsere Zusammenarbeit mit der GEC, der German Edge Cloud, gesprochen. Wir sehen hier die On-Site, also diese 24-Höheneinheiten-Lösung, die ich im vorigen Bild mal kurz gezeigt hatte. Diese On-Site bietet eine datensouveräne Verarbeitung in der Produktion in Echtzeit. Und was hier extrem wichtig ist, dass die Kunden selbst entscheiden, welche Daten, die in der Fabrik gesammelt, generiert, analysiert werden, wirklich im Unternehmen bleiben und welche vielleicht dann auch zu Lieferanten, zu Kunden etc., zu Logistikunternehmen dann nach draußen geben können. Es war hier extrem wichtig, dass der Kunde die volle Datensouveränität behält und selber entscheiden kann, welche Daten im Unternehmen bleiben und nach draußen. Das ist eine Schopfler-Lösung als All-in-One-Hybrid-Cloud-Technologie, also eine Mischung aus privater und Public Cloud. Extrem wichtig hier, Themen schnelle Inbetriebnahmen, flexibler Service, auch Remote- und Fernwartung ist hier ganz, ganz wichtig. Und diese On-Site visualisiert quasi in Echtzeit Produktionsdaten aus verschiedenen Quellen und macht somit dann Produkt- und Prozessdaten sichtbar. Und das macht die über die komplette Automatisierungspyramide. Also vom ERP über das PLM, MES bis hin zu den Sensoren und Aktoren der Maschinen an der Basis. Und seit kurzem macht die GEC das auch mit IBM als Partner in einem Kooperationsangebot mit Lösungen aus dem IBM Cloud Park. Wir nutzen so eine On-Site auch bei uns im Unternehmen und zwar im neu errichteten Werk in Haiger. Dieses Werk ist komplett unter Gesichtspunkten der Industrie 4.0 designt und errichtet und gebaut, errichtet worden und wird auch aktuell unter den 4.0 Gesichtspunkten betrieben. Wir haben hier 24.000 Quadratmeter Produktionsfläche und vernetzen mehr als 100 Maschinen und Roboter mit 20 Self-Driving Vehicles, also autonomen, selbstfahrenden Versorgungsfahrzeugen. Und wir haben durch diese durchgängige Digitalisierung in der Wertschöpfung hier die Möglichkeit 9.000 Kompakt- und Kleingehäuse pro Tag zu fertigen. Und es entstehen dabei und die verarbeiten wir auch 18 Terabyte an Daten pro Tag. Was wir dadurch erreicht haben, ist, dass wir die Produktionsprozesse um 40 Prozent in der Effizienz wirklich steigern konnten, indem wir wirklich diese Vernetzung der Maschinen mit den Prozessen und den ganzen Lieferketten dahinter integrieren und optimieren konnten. Was genau machen wir hier? Wir haben zwei Hauptthemen. Wir haben zum einen ein Live-Dashboard-System installiert und dieses bildet quasi in Echtzeit alle notwendigen Kennzahlen ab oder alle wichtigen Kennzahlen ab. Produktionsvorschritt in den Stückzahlen, Taktzeiten, Transportaufträge dieser FTS oder dieser führerlosen Transportsysteme. Wir identifizieren und zeigen Engpässe an. Probleme und Störungen werden zum Beispiel mit einem Alarmmanagement hinterlegt und angezeigt. Zusätzlich kommt da noch eine Data Analytics-Lösung zum Einsatz. Also aus den Daten werden Zusammenhänge von Temperatur und Störungswahrscheinlichkeit zum Beispiel abgeleitet und generiert. Und daraus lassen sich dann Alarme etablieren und generieren. Und zum Beispiel immer dann, wenn in einer Situation A die Temperatur über Grenzwert oder Schwellwert B schreitet, dann gibt es einen Alarm. Und somit wird dann einfach durch die Aufnahme von Ist-Situationen und in der KI darüber Downtime und fehlerrelevante Parameter abgeschaltet. Und ich kann dann gucken, was passiert, sorge für eine höhere Verfügbarkeit der Maschine und reduziere somit meine Stillstandszeiten. Wir machen das nicht nur innerhalb der Friedhelm-Low-Gruppe mit Rital und GEC, sondern wir machen das auch mit globalen Partnern in unserem IT-Lifecycle. Wir hatten eben schon mal IBM erwähnt. Wir haben in den letzten Jahren ein ähnliches System, eine ähnliche Edge-Lösung mit HPE und ABB entwickelt. Das heißt, das SEDC, Secure Edge Data Center. Das ist auch eine Edge-Lösung mit geringer Latenzzeit, die nahe am Ort der Datengenerierung installiert wird. Wichtig ist hier die Einsatzmöglichkeit in robusten Umgebungen mit einer IP55-Fertigkeit. Zusätzlich sind hier Themen wie USV, also unterbrechungsfreie Stromversorgung von unserem Partner ABB mit integriert, haben wir die Möglichkeit, verschiedene Kühnlösungen zu integrieren. Und durch ein Pre-Engineering und eine Standardisierung, einen sehr geringen Installationsaufwand, wieder die Möglichkeit der Fernwanderung, inklusive physikalischer Brandschutz, Brandmeldeanlage, Löschanlage, Brandfrüsterkennung etc. drin. Also ein Paket, was wir global einsetzen mit unseren Partnern. Ein Beispiel hier in einem Zentrallager, Logistiklager ABB in Schaffhausen in der Schweiz. Sie können hier auf der linken Seite die Situation vor dem Einsatz eines SEDCs sehen. Wir haben eine gewachsene Struktur, wie wir so häufig antreffen. Bei Antreffen, so ein bisschen Bastellösung, REC mit fliegender Verkabelung, eine unzureichende Klimatisierung. Ich glaube, der Zugriff war auch nicht richtig geregelt. Teppichboden im Serverraum drin. Und dadurch, dass der Kunde ABB hier diese Lösung installiert hat, konnte er seine CapEx-Kosten und OPEX-Kosten reduzieren. Wir reden hier bei CapEx um circa 30 Prozent gegenüber einer konventionellen Lösung. Wenn ich die konventionell mit Gipskarton, Stein auf Stein, Beton etc. baue, Betriebskosten aufgrund der Energieeffizienz des Systems gingen um 20 Prozent runter. Und dadurch geht natürlich die Sicherheit und die Verfügbarkeit hoch. Der Kunde skaliert jetzt dieses System. Aktuell bauen wir in Heidelberg und Ladenburg so eine Lösung auf. Aber auch in Asien, da kommen wir wieder zum Thema globale Verfügbarkeit und Standardisierung. Also in Shanghai im ABB Robotics Zentrale wird aktuell so eine Lösung auch aufgebaut. Ich glaube, letzte Folie schon und ich sehe, ich bin fast in time. Wir hatten nur über eine kurze, kleine Lösung gesprochen. 24 Höheneinheiten mit der GEC als On-Site. Ein SEDC, wo wir über 42 Höheneinheiten verkettete RECs sprechen. Hier ein Beispiel für ein Edge-Rechenzentrum mit einem Container. Kunde, glaube ich, jedem bekannt ist im Grupp-Stil in Duisburg. 27.000 Mitarbeiter, führende Anbieter von Qualitätsflachstahl. Und da war die Herausforderung, dass im Rahmen der Digitalisierung für die Prozess- und produktionsnahen Prozesse eine sichere Infrastruktur benötigt wurde. Es gab ein hohes Datenaufkommen. Wir brauchten aber eine schnelle Verfügbarkeit mit kurzen Latenzzeiten. Und im Rahmen der Automatisierung der Produktions-IT kam der Kunde auf uns zu. Und wir hatten Edge-Rechenzentren containerbasiert mit ihm entwickelt, weil es war klar, bei ThyssenKrupp konnte kein Edge-Rechenzentrum in der Produktion stehen. Es musste neben der Produktion stehen, produktionsnah. Und der Kunde hat sich dann hier für eine redundante Lösung containerbasiert entschieden. Und ich glaube, wir haben mittlerweile fünf Standorte in Nordrhein-Westfalen mit diesen standardisierten Container-Rechenzentren, die bei uns im Werk vorgebaut, vorengeniert und vorgetestet worden sind, den Kunden geliefert und die Rechenzentren sind aktuell alle im Betrieb und im Service. Also hohe physikalische Sicherheit standardisiert nahe der Produktion mit ganz, ganz kurzen Produktionszeiten, die dann auch eine geringe Latenz entsprechend gewährleisten. Ja, ich glaube, das war meine letzte Folie. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Einblick über industrielle Edge-Rechenzentren vermitteln. Kurz zusammengefasst bieten diese in der Industrie die Möglichkeit, Daten schnell zu sammeln und zu verarbeiten, zu analysieren und dadurch Produktionsabläufe zu optimieren und sicher zu gestalten. Was dafür notwendig ist, ist eine sichere Infrastruktur auf physikalischer Hardware- und Software- und Betriebsbasis. Und am besten skalierbar und global, weil die Kunden immer mehr global und vernetzt denken. Und wir diese Lösung, die wir hier in Deutschland generieren, aber auch in Nord-Süd-Amerika, Asien, Australien und auch Afrika für unsere Kunden liefern müssen. Ich hoffe, es hat Ihnen einen guten ersten Eindruck gegeben. Stehe, wie Bernhard gesagt hatte, ganz gerne zu Fragen jetzt, aber auch später im Meet the Speaker nochmal zur Verfügung. Und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen sind, würde ich gerne zur Verfügung stehen, die jetzt zu beantworten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Martin, für den spannenden Einblick in die Welt der Edge-Rechenzentren. Nochmal der Hinweis an unsere Zuschauer. Genau, wenn ihr Fragen stellt, bitte nutzt das Textfeld oben rechts, dann können wir hier diese Fragen diskutieren. Ich schaue mal rein. Ja, Martin, da ist schon eine Frage aufgepoppt, die da lautet, das Thema Edge-Computing wird schon länger propagiert. Sehen Sie hier nun einen deutlichen Aufwärtstrend? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir hatten seitens Rital das Thema Edge-Datacenter schon auf einer der letzten CeBITs, ich glaube, das war 2016 oder 2015, gezeigt unter dem Slogan Discover the Edge. Also der Trend ist schon länger da. Der ist auch weiter am Wachsen, kam in den letzten Jahren, nur nicht so stark, wie der erwartet worden ist. Wir glauben, dass das damit zu tun hängt, dass das Thema schon sehr komplex ist. Wir reden hier über physikalische Infrastruktur, wir reden hier über Hardware, wir reden hier über Betrieb, wir reden hier über das Thema Fernwärterung, wir reden hier über das Thema Datensouveränität. Auch da sind wir uns, glaube ich, in Europa, in Deutschland noch nicht ganz klar. Geben wir Daten in die Cloud? Welche Kontrolle will und muss ich über meine Daten haben? Das sind alles Themen, die da mit reinspielen. Wir sehen aber auch durch die Gründung und die Verschmelzung in der German Edge Cloud, dass das ein extrem wichtiges Thema ist, weil unsere großen Kunden auch in der Automobilindustrie, da reden wir über viele Proof of Concepts, das Interesse ist da. Und das ist ja auch nur ein Teil von Edge-Rechenzentren in der Industrie. Wir sind da natürlich gut aufgestellt, aufgrund unseres industriellen Kundenstamms, aber das Thema geht in alle anderen Bereiche, in die Colos, in die Enterprises, in die Hyperscaler, die auch Edge-Rechenzentren jetzt in Hyperscaler reinbringen, mit rein. Es wird kommen, es ist langsamer gewachsen als erwartet, aber die Datenflut steigt, die Daten müssen verarbeitet werden und es wird sich, glaube ich, eine Mischung etablieren zwischen Edge und Cloud-Rechenzentren. Ja, danke. Du hast uns aufgezeigt, wie ein Edge-Rechenzentrum aufgebaut ist und in eine etwas andere Richtung geht folgende Frage beziehungsweise in die Planung davor. Wie unterstützt ihr den Kunden bei der Planung eines Edge-Rechenzentrums? Ja, da nutzen wir unsere Techniker, unsere Ingenieure mit. Wir nehmen erstmal den aktuellen Bedarf auf. Also, was hat der Kunde vor? Gibt es schon eine Entscheidung zu Standort? Wie sehen da die Standortfaktoren auf? Wie sieht das Thema Public, Private, Hybrid Cloud aus? Welche Anforderungen an die Lösung hat der Kunde bezüglich Redundanz, Verfügbarkeit? Welche Möglichkeiten für Wartung im Betriebnahme haben wir? Also, wir fangen da quasi mal mit ganz weiten Leitplanken an und gehen dann über eine konzeptionelle Phase, in der Entwurfsphase, Detailphase, stimmen da verschiedene Konzepte mit Kunden ab und entwickeln somit die Lösung von der technischen und von der Optimierungsseite immer detaillierter, bis es dann später in der Realisierung geht. Ja, klassische Themen ist der Standort, welche Wärmelast, welche Anforderungen an die Stromverfügbarkeit. Möchtest du das nur in Deutschland, in Europa oder global haben? Wie sehen SLAs aus? Welche Reaktionszeiten brauchen wir? Wenn wirklich mal ein Fehler auftritt, reicht dir da der nächste Tag oder müssen wir innerhalb von vier Stunden beim Kunden sein? Da gibt es Checklisten, die wir zusammen mit Kunden durchgehen, um dann einfach die optimale Lösung zu generieren. Okay, danke für die Antwort. Eine weitere Frage, die ihr gerade reintrudelt. Wo sehen Sie die Vorteile von Retail in Bezug auf industrielle Edge-Anwendungen? Also ein großer Vorteil, den hatte ich, glaube ich, eben schon mal erwähnt. Retail hat einen extrem großen Kundenstamm in der Industrie. Also wir liefern da Schaltschränke, Klimatisierung an unsere industriellen Kunden. Und dadurch, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, IT-relevante Services und Lösungen anzubieten, mit Retail dieser physikalischen Infrastrukturplattform und der Möglichkeit mit der German Edge Cloud oder unseren Partnern HPE und IBM und ABB in diesem Solution-Stack auch einen Mehrwert für den Kunden zu bringen, indem wir über Server Storage Network sprechen, aber auch über die Cloud-Plattformen und die Managed Services dahinter, glaube ich, gibt es global ganz, ganz wenige Unternehmen, die dem Kunden in dieser Breite wirklich helfen können und gemeinsame Lösungen für den Kunden entwickeln und auch liefern können. Also Verschmelzung zwischen Industrie und IT plus die Kompetenz bei der IT über OT und Hardware und Services zu sprechen, glaube ich, ist schon ein Fund, was wir da in die Waagschale werfen können. Plus unser globaler Footprint, also mit unseren Produktionsstätten in Asien, Europa und Amerikas sind wir so aufgestemt, dass wir auch wirklich lokal nah am Kunden sind und dann auch zum Beispiel kurze Liefer- und Reaktionszeiten einfach gewährleisten können. Und das können nicht viele Unternehmen. Das ist total eins von ganz, ganz wenigen. Du hast eben Cloud-Services angesprochen beziehungsweise die Cloud, die ein Edge-Rechenzentrum benötigt. Dahin tendiert auch die nächste Frage, kann ich meine eigene Cloud nutzen oder bin ich auf die Rittal-Cloud angewiesen? Mein Kunden können auch ihre Cloud nutzen. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Wir können ja zum einen die Infrastruktur als Plattform liefern. Wir könnten auch, wenn wir in den Solution-Stack gehen, die IT noch liefern, also die Server-Storage-Network liefern. Und wenn der Kunde dann seine eigene Cloud-Plattform da drauf packen möchte, dann geht das auch. Also da sind wir skalierbar. Und wenn der Kunde schon eine eigene Lösung hat, kann die jederzeit auf diese Lösung natürlich adaptiert werden. Ja, danke. Ja, jetzt kommen wir auch langsam zum Schluss unserer kleinen und kurzen Q&A-Session. Deshalb zum Abschluss noch die Frage, welche genauen Anforderungen haben Kunden an die Infrastruktur der Edge-Lösungen? Waren das eben, glaube ich, auf einer Folie, war das Thema Verfügbarkeit, steht ganz oben. IT muss 24 Stunden am Tag da sein. Das merken wir, wenn das WLAN mal nicht da ist und ich auf Social Media nicht gehen kann oder auf meinem Bank-Account nicht draufkomme. Thema echtzeitfähig ist ein wichtiges Thema. Also Latenz-Themen müssen wir uns angucken, nahe da, wo die Daten generiert werden. Datensouveränität ist etwas, was wir uns anschauen, was immer, immer wichtiger wird. Und ja, der Einsatz, wenn wir jetzt über Industrie sprechen, ist das in der Regel kein Reinraum. Das sind schon rauere Umgebungsbedingungen, wo es eher vor Erschütterungen gibt, wo es vielleicht temperaturfeuchte Themen gibt. Also die Infrastruktur, auf der die IT betrieben wird, die muss schon so ausgelegt sein, dass sie auch ausfallsicher ist und auch, sage ich mal so, rauen Umgebungsbedingungen her standhält. Das ganze Thema Redundanzen etc. läuft dann ins Konzept mit rein und wird dann damit dann wirklich abgehandelt und auch sichergestellt. Das sind für mich so die Hauptthemen dabei. Fernwartung vielleicht noch. Wenn ich wirklich diese verteilten Edge-Rechenzentren habe, muss man sich anschauen, ob ich da jeweils einen eigenen Techniker oder hinschicken muss oder die auch wirklich vorhalten muss oder ob ich wirklich auch ganz, ganz viele Themen mit einer Fernwartung, remotemäßig vielleicht schon lösen kann. Also das wären so Themen, die uns wichtig sind, die wir mit dem Kunden besprechen, wenn es um das Thema Edge-Rechenzentren geht. Okay. Ja, vielen Dank, Martin, für die detaillierten Antworten.